Gemeinsam für die Gesundheit der Kameraden. Die Informationslehrübung des Sanitätsdienstes 2014. Gemeinsam für die Gesundheit der Kameraden. Das war das diesjährige Motto der Informations- und Lehrübung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr auf dem Gelände der Goiboden-Kaserne in Feldkirchen. Der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Dr. Ingo Patschke, blickte auf die letzten Jahre zurück. Der Afghanistan-Einsatz hat uns maßgeblich beeinflusst. Das ist einmal die Erfahrungen mit den Verwundungen, die wir in den ganzen Jahren machen mussten, die uns hier natürlich auch enorm weit vorangebracht haben in den Verfahren, in der Technik, die wir hier eingeführt haben. Auch eine ganze Menge an neuen geschützten Fahrzeugen, an IT-Technologie ist in den Sanitätsdienst in dieser Zeit gekommen. Die Bundeswehr hat viel Geld in die Hand genommen, auch beim Sanitätsdienst hier eine Qualitätsverbesserung herbeizuführen. In fünf dynamischen Bildern, also Stationen mit inszenierten Aktionen, wurde die Leistungsfähigkeit in den drei Behandlungsebenen nachgestellt. Von der Verwundung im Gefechtsfeld über die Erstversorgung bis hin zur Verbringung der Verwundeten in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Hier noch die Anlieferung eines Verletzten mit einem Hägglund. Die ärztliche Entscheidung bestimmt immer die Priorität bei der medizinischen Versorgung, bei der gleichzeitigen Anlieferung von mehreren Verletzten. Okay, das Bewusstsein initial? Initial war bei GCS 15, jetzt 13 durch die Sedierung. Keine Ausritswunde und keine Zusatzverletzung. Okay, danke. Anschaulich wurde das reibungslose Zusammenspiel von Ärzten, Rettungssanitätern und Krankenpflegern dargestellt. Das aufgebaute Rettungszentrum ist mit der Leistungsfähigkeit eines Kreiskrankenhauses vergleichbar. Die Besucher waren beeindruckt von der Funktionalität der einzelnen Bereiche auf engstem Raum. Vom Schockraum über den Röntgen- und Laborbereich bis hin zum voll eingerichteten OP-Trakt. Themenwechsel bei der letzten Station der Leistungsschau. Die taktische Verwundetenbetreuung wird demonstriert. Das Szenario, eine Aufklärungsdrohne ist abgestürzt und soll geborgen werden. Dabei geraten die Soldaten unter Beschuss und es gibt Verletzte. Eine Patrouille mit einem Sanitätsfahrzeug kommt zu Hilfe. Mit dem Abtransport der Verletzten ist der Auftrag erfüllt. Ich glaube, dass Afrika durchaus auch ein Kontinent ist, den wir sicherheitspolitisch mehr beachten müssen. Medizinisch heißt das, dass es dort eine Menge hochgefährlicher Infektionserkrankungen gibt. Das heißt, wir müssen uns nicht nur auf die klassischen Verwundungen einstellen, sondern wir müssen uns auch auf gefährliche Tropenerkrankungen einstellen. Ich erinnere nur daran, dass im Augenblick wieder ein Ebola-Ausbruch in Guinea vermutet wird. Und das sind eben auch so neue Bedrohungen, die wir auch für die Zukunft betrachten müssen.